Hallo, mein Name ist Christian Lavey und heute mal was ganz Spezielles. Ich baue mir nämlich meinen kleinen Whirlpool zusammen. So, bin ganz gespannt, wie das Teil dann so nachher jetzt ausschaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt füllt das sich mal auf langsam. So, okay, das Teil ist jetzt mal mit Wasser gefüllt. Und dann schalten wir mal das Gebäse ein. Und los geht's. So, okay, das Teil ist fertig gebaut. So, okay. So, okay. So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020